Der Mensch und Maschine BIM Booster erweitert Autodesk Revit um viele wertvolle Zusatzfunktionen und bauspezifische Inhalte, die aus Anforderungen aus der Praxis entwickelt wurden. Der BIM Booster beinhaltet Werkzeuge für die Bereiche Architektur, Gebäudetechnik, Kalkulation und zur Modellprüfung. Sehen Sie in dem folgenden Video einen Überblick über die wichtigsten Funktionen, die Ihnen mit dem Mensch und Maschine BIM Booster zur Verfügung stehen. Die Werkzeuge für die Gebäudetechnik ergänzen die Funktionalität der Gebäudetechnik in Revit um hilfreiche praxisbezogene Anwendungen. Für die Planung von Heizungen stehen zwei zusätzliche Werkzeuge zur Verfügung. Damit können Fußbodenheizungen anhand von Räumen erstellt werden. Für das entsprechende Objekt kann aus einer Reihe von vordefinierten Typen gewählt werden. Einen erheblichen Zeitgewinn bringt das automatische Anschließen mehrerer Heizkörper auf einmal. Der kollisionsfreie Verlauf der Anschlussleitungen kann hierbei in einem Dialog gesteuert werden. Beim Verzug und Ablauf können die Anschlussseiten frei gewählt werden. Für die Planung von Installationen, die an der Decke verlaufen, werden in der Regel Vorrichtungen für die Aufhängungen benötigt. Das Erstellen dieser Hänger entlang einer Trasse kann nun dialogunterstützt vorgenommen werden. Abstand und Art der Aufhängungen können individuell vergeben werden. Es werden auch Trassen unterstützt, die in einem Gefälle verlaufen. Zugeschnittene Bauteile können wie alle Revit-Bauteile in Listen ausgewertet werden. Ein weiterer Befehl ist das Aufteilen von Systemen in Schusslängen, um bearbeitbare Abschnitte zu erhalten. Die Längen der Abschnitte sowie die durch die Teilung notwendig werdenden Verbindungsstücke können im Dialog ausgewählt werden. In der Gebäudetechnik müssen viele verschiedene Gewerke berücksichtigt werden. Oft müssen die einzelnen Medien auf engstem Raum parallel verlaufen oder sich kreuzen. Das Erstellen der Verläufe der Trassen wird durch einige Werkzeuge im Booster deutlich einfacher. So können beispielsweise automatische Umfahrungen in Bereichen, in denen sich Systeme kreuzen, erstellt werden. Im Dialog werden Angaben zu Höhe und Abständen sowie zu dem Winkel, den die Trassen beim Niveauwechsel einhalten sollen, festgelegt. Daraus werden die zusätzlichen Formteile ermittelt und automatisch in das System eingefügt. Der entstehende neue Verlauf lässt sich dann natürlich in Form und Position bearbeiten. Der reibungslose Datenaustausch ohne Informationsverlust spielt bei der Zusammenarbeit von Architekten und Fachplanern eine große Rolle. Das Durchbruchswerkzeug im Booster erlaubt das Austauschen von Durchbrüchen zwischen der Gebäudetechnik und der Architektur. Als intelligente Objekte im TGA-Projekt werden zunächst Kollisionen zwischen den Bauteilen der Gebäudetechnik und dem Architekturmodell ermittelt. Dabei kann gewählt werden, welche Bauteile bei der Prüfung berücksichtigt werden sollen. Die Ergebnisse mit Vorschlägen für die notwendigen Durchbrüche werden in einem Dialog aufgelistet. Die vorgeschlagenen Abmessungen können hier individuell angepasst werden. Um zu sehen, wo die Bauteile der Kollision liegen, können sie ausgewählt und in einer 3D-Ansicht isoliert betrachtet werden. Die Informationen aus dieser Liste werden in einer Datei abgespeichert, die automatisch das Erstelldatum im Namen enthält. Im TGA-Modell werden die vorgeschlagenen Durchbrüche als Platzhalter angezeigt. Der Architekt kann die vorgeschlagenen Durchbrüche direkt in seinem Modell einlesen. Über den gleichen Dialog, der bei der Ermittlung der Kollision verwendet wurde, können die Durchbrüche akzeptiert oder abgelehnt, die Versätze angepasst und Kommentare hinzugefügt werden. Diese Informationen können dann über eine Protokolldatei an den Planer zurückgegeben werden. Akzeptierte Durchbrüche werden in das Architekturmodell eingefügt. Es entstehen eigene, bearbeitbare Objekte mit der korrekten Darstellung für eine Werkplanung.